Ich bin in Wolfsburg geboren, 1934, nahezu 82 Jahre her. Die Hebamme kam aus Vorsfelde mit dem Fahrrad. Und wie ich um 13.10 Uhr das Licht der Welt erblickte, sagte sie zu meiner Mutter, schön, dass der Junge so spät gekommen ist, da konnte ich vorher noch meine Schweinekartoffeln fertig machen. Das also zum Ausgangspunkt. Ich habe als Kind das Wolfsburger Haus, von Schloss wurde nie geredet, höchstens Türschlösser oder Vorhängeschlösser. Das war unser Haus und unser Haus war saukalt. Im Winter lag der Wintermantel immer vor der Zimmertür. Meine Großmutter, die dann später in Potsdam wohnte, legte großen Wert, nicht im Torflügel zu wohnen, bei größeren Anlässen, weil dort der Mönch mit der haarigen Hand umging. Und die sogenannte weiße Frau kam und warnte als gütiger Hausgeist vor bedenklichen Ereignissen. Und der Mönch mit der haarigen Hand legte sie dann beim Mondschein manchmal auf die Bettdecke, was, wenn der Betreffende aufwachte, ihn natürlich nicht besonders erfreute. Ein junger Leutnant kam morgens hinkend zum Frühstück. Der hatte angenommen, der Mönch mit der haarigen Hand hätte seine Hand am Fußende über die Bettkante gehalten und hatte da mit der Pistole draufgeschossen. Das war aber sein Fuß. Naja, also Hausgeister gab es auch. Die gehörten dazu. Es musste ja alles mit dem Pferdewagen passieren. Die Autos wurden ja von der Wehrmacht sehr schnell requiriert. Und dann kriegten meine Eltern einen Käfer, ohne Chrom, alles dunkelblau, mit einer roten Linie außenrum wie ein Bentley oder Rolls-Royce, ein VW-Käfer, der später dann mit Holzkohle-Gas betrieben wurde, weil der, wie mein Vater formulierte, der heißgeliebte Führer entschieden hatte, die Mitte des Großdeutschen Reiches ist der Schulenburgsche Besitz. Und deswegen hatten die Schulenburgs zu verschwinden, die Nachbarn, die Herren von der WENSO und 37 Bauern. Das ist die Fläche heute, auf der das Volkswagen-Werk und die Stadt Wolfsburg ist. Und meine Familie hatte die Ausweisung zum 01.01.1943 aus dem Haus. Ich habe das Doppelstudium gemacht, um, weil ich in den auswärtigen Dienst wollte, als reiner Landwirt wäre das nicht gut gewesen. Das war meine Passion und deswegen Volkswirtschaft dazu. Und meine Arbeit, Doktorarbeit, war eine volkswirtschaftliche Arbeit, die sich um ein, für eine Gesellschaft, für innere Kolonisation, von der hatte ich das Thema, der Einfluss eines dominierenden Wirtschaftskörpers auf umliegende, auf die Wirtschafts- und Sozialstruktur ländlicher Gemeinden im Umfeld. Volkswagen-Werk lag natürlich nahe. Und dann verunglückte mein älterer Bruder und dann holte mich mein Vater hier nach Nordsteimke und dann habe ich hier rund 35 Jahre Land- und Forstwirtschaft gemacht. Und nebenher gewerblich, das heißt Oberflächentechnik, Edelstahl, chemisch, das heißt nicht spanabhebend, also nicht schleifend, sondern mit Chemie und dentalmedizinischem Großhandel. Dann habe ich aber etwas Neues angefangen, was ich bis heute betreibe, das ist die Entwicklung eines Porenbetons. Für Volkswagen habe ich eine Straße gebaut, die unverändert Volkswagen erfreut. Das Phäno entsinne ich mich, wie ich beim Richtfest mit Frau Hadid zusammen umgeben von lauter Journalisten und Fotografen, ich war, glaube ich, der einzige verfügbare, der Englisch konnte. Deswegen war die Unterhaltung etwas länger. Und ich habe ihr geschenkt einen wirklich anderthalb Zentimeter VW-Käfer, den ich auf einem Flohmarkt gefunden habe in Plastik und den mir Herr Lange, der Juwelier, in Stirling gegossen hat. Kostet 22 Euro. Habe ich ihr so einen Käfer geschenkt, habe gesagt, wir mussten weg wegen des Käfers, Sie sind hier wegen des Käfers, gucken Sie sich das kleine Haus da drüben an, ich wünsche Ihnen, dass das Phäno so alt wird wie der Wehrturm da drüben, 950 Jahre, dass er inzwischen weiß angeschmiert ist wie eine bayerische Dorfbarockkirche, ist ein Albtraum? Naja.